Ich bin Verena Birkenstock, ich bin 21 Jahre alt, ich mache bei der WeWorth GmbH meine Ausbildung zur Marketing-Kommunikationskauffrau und sitze natürlich deswegen auch im Marketing. Die Arbeit bei WeWorth oder auch die Ausbildung bei WeWorth ist auf jeden Fall eine Reise. Man kann ziemlich viele Stationen durchleben, man lernt viele Leute kennen, man lernt viele Abteilungen kennen. Bei der Arbeit macht mich richtig stolz, dass ich eine Arbeit gefunden habe, die mir richtig viel Spaß macht, dass ich ein cooles Team kennengelernt habe. Die Arbeit bei WeWorth